Hallihallo meine Lieben, ja heute nehme ich euch wieder mit, wie ich unseren Wochenendkuchen mache und zwar gibt es bei uns heute einen stinknormalen einfachen Obstkuchen. Wollen meine Männer wahnsinnig gern und ist total einfach in der Zubereitung, also er besteht nur aus einem Biskuitboden, Pudding, ein bisschen Obst drüber, Tortenguss und fertig. Und wie ich das mache, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ein bisschen was habe ich schon vorgearbeitet und zwar habe ich schon meinen Biskuitboden gebacken. Das Rezept findet ihr ja auch hier schon auf YouTube, habe ich euch verfilmt, aber ich blende es euch hier gerne mal ein. Hier kommt jetzt das Rezept hier so runtergelaufen, also der Marco macht es, ich natürlich nicht. Den habe ich jetzt schon gebacken, haben auch komplett auskühlen lassen. Dann habe ich auch schon Pudding abgekocht und zwar den ganz normalen Pudding, ihr kennt ihn alle, einfach so einen stinknormalen Pudding, habe ich in der Mikrowelle in meinem Messbecher gekocht und zwar habe ich, ja wie man den Pudding einfach kocht, einfach das Puddingpulver mit dem Zucker angerührt, habe dann 500 Milliliter Milch dazugegeben, habe das ganze kräftig mit dem Schneebesen verrührt, habe dann meinen Messbecher in die Mikrowelle für drei Minuten gestellt. Nach drei Minuten habe ich ihn rausgenommen, noch mal umgerührt und weitere zwei Minuten noch mal gestellt, also der war insgesamt fünf Minuten in der Mikrowelle und dass er keine Haut bekommt, habe ich jetzt oben einfach nur eine stinknormale Frischhaltefolie darauf gegeben, damit er keine Haut hat und richtig schön cremig bleibt. Den habe ich jetzt abkühlen lassen, ist jetzt noch nicht 100% abgekühlt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen 92% ist er jetzt abgekühlt. Ja, dann brauchen wir eigentlich nur noch Obst und dann können wir eigentlich schon loslegen. Ich zeige euch jetzt noch, wie ich meinen Biskuitboden aus der Form entnehme und wie ich den halbiere, weil so ist er wirklich viel zu hoch. Also ihr könnt meinen Biskuitboden wirklich ein- oder sogar zweimal trennen und ich brauche jetzt auch nur einen und den anderen gefriere ich mir ein und da bin ich immer mega happy, wenn ich dann spontanen Kuchen mache und ich gehe einfach in den Gefrierschrank und habe eigentlich immer einen Biskuitboden eingefroren. Ja, dazu nehme ich jetzt einfach nur ein Messer und fahre einfach am Rand so entlang. Einmal ganz durch und dann mache ich hier auch schon auf und dann seht ihr den mega hohen Biskuitboden. Also schaut euch den mal an. Also das ist wirklich für mich das beste, absolut das beste Rezept vom Biskuitboden und jetzt muss ich ihn natürlich unten auch noch lösen und dann nehme ich immer so einen Tortenretter. Da fahre ich ein, hebe immer das ganze so fest und dann fahre ich hier einfach nur unten hinein und dann habe ich auch schon den Biskuit vom Boden, also von der Form gelöst und schaut euch mal dieses Prachtstück an. Ist doch mega. Also den, wenn ihr noch nicht kennt, den müsst ihr nachmachen. Das ist wirklich ein Rezept. Wenn ihr das einmal macht, glaubt mir, den macht ihr immer, immer und immer wieder. So, jetzt wird auch schon der Boden geteilt. Also wie gesagt, ihr könnt sehen, ihr könnt ihn wirklich einmal, zweimal trennen, dass ihr drei habt, aber ich mache jetzt nur einmal, so ungefähr in der Mitte und schneide den dann einfach nur mit einem großen Messer durch. Jetzt wird ihr dann gleich mal sehen, wie schief ich schneide. Da bin ich nämlich wirklich ein Spezialist im Durchschneiden. Bloops. Ach, es geht. Ich würde sagen, es geht. Und schaut euch mal an, wie locker und fluffig der wirklich innen ist. Also es ist wirklich ein mega tolles Rezept. Ja, einen davon, den gebe ich mir jetzt gleich mal auf die Tortenplatte. Den werde ich jetzt benutzen. Den hier werde ich mir dann eingefrieren. So, und dann geht es auch schon los, indem ich jetzt Pudding drüber gebe, aber davor gebe ich auf jeden Fall noch einen Backrahmen darüber, dass mir dann nicht alles runterläuft. So, und jetzt kommt auch schon der Pudding darauf. Und werde ihn dann einfach noch ein bisschen verteilen, beziehungsweise platt streichen. Ich habe mir jetzt einen Löffel zur Hand genommen. So geht es doch fast besser. Und natürlich, umso wärmer der Pudding ist, umso besser lässt er sich auch verstreichen. Also meine war jetzt fast schon zu kühl. Also lasst ihn bloß ein bisschen abkühlen, dann geht es besser. Ihr könnt natürlich auch Paradiescreme oder so drauf geben. So, so lasse ich es jetzt. Aber ihr wisst ja, im Dekorieren bin ich ja immer nicht so die Professionelle hier. Aber so passt schon. Jetzt kommt ja noch Obst darüber und dann sieht man das Ganze nicht. So, und jetzt brauchen wir Obst. Und da werde ich jetzt auch gleich Obst aus meiner Etipetete-Box entnehmen. Ich bekomme ja alle 14 Tage von Etipetete eine Box zugeschickt. Entweder mit Gemüse oder mit Obst oder gemischt oder Rohkost. Ich mache das immer abwechselnd. Und diese Woche kam eine reine Obstbox bei mir an. Und ich habe schon mal reingespitzelt und ich habe gesehen, da ist wirklich einiges darin, dass ich auf jeden Fall für einen Kuchen hernehmen kann. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde Bananen draufgeben. Ich werde Äpfel draufgeben. Mandarinchen werde ich draufgeben. Birnen habe ich auch noch irgendwo entdeckt. Ich glaube, hier unten sind noch Birnen. Da habe ich noch Datteln drin. Und wer Etipetete noch nicht kennt, das ist Obst und Gemüse. Das ist leider nicht in den Supermarkt schafft, da es einfach entweder zu groß, zu klein, zu schief, zu dick, zu dünn ist. Und deswegen wird das Obst und Gemüse aussortiert. Hier sieht man zum Beispiel, die Zitrone ist riesengroß, ist zu groß für den Supermarkt. Im Gegensatz zu dieser Limette. Die ist kugelrund und viel zu klein. Und deswegen wird es aussortiert. Und ich bin einfach stolz, dass ich Obst und Gemüseretzerin geworden bin und ich mir die Box alle 14 Tage nach Hause liefern lasse. Und wenn ihr das auch machen mögt, dann probiert es doch gerne mal aus. Ich habe sogar einen Rabattcode von Etipetete bekommen. Und wenn ihr da ruckzuck mal nur eingibt, dann bekommt ihr die Box fürs erste Mal für 5 Euro reduziert oder günstiger. Also ihr könnt euch 5 Euro sparen mit dem Rabattcode ruckzuck mal. Aber ich werde mir jetzt erstmal hier ein paar Äpfel rausnehmen. Mandarinen. Die werde ich mir jetzt schälen. Und dann werde ich das hier alles schon mal schnippeln, was ich draufhaben möchte. Aber da werde ich jetzt die Kamera nicht mitlaufen lassen. Ihr wisst ja, wie man Obst schneidet. Wow, Ananas ist auch drin. Ja, die ist wahrscheinlich zu klein. Dann haben wir nochmal Birnen. Genau, ich nehme eine rote, eine grüne Birne. Datteln. Genau, könnte ich auch ein paar draufgeben. Granatapfel. Ne? Mango. Oh ja, die ist auch schon reif. Mango könnte ich mit drauflegen. Ja, ich schnipple einfach jetzt mal und dann hole ich euch wieder dazu. So, Obst habe ich jetzt geschnippelt. Also ich habe jetzt hier Äpfel, Birnen, Bananen, Mandarinen. Die haben mich ganz schön gefuchst, sage ich euch, die Schale abzukriegen. Katastrophal. Mango habe ich jetzt doch nicht genommen. Da werde ich nämlich einen schönen Obstsalat machen. Habe mir ein bisschen was aufgehoben noch. Hier habe ich in der Zwischenzeit noch einen Tortenguss, ganz klassisch am Herd gemacht. Also zwei Päckchen Tortenguss. Und jetzt fange ich an, das Gemüse hätte ich fast gesagt, das Obst auf den Pudding zu verteilen. Und das mache ich jetzt, indem ich jetzt die Bananen außen rumlege. Ich habe auch die Birnen und die Äpfel und so nicht geschält, denn Etipitete ist zu 100% bio. Und da brauche ich wirklich nichts schälen. Und das kommt direkt von Kaufbeuern. Also das ist ja bei uns sogar noch ein Nachbarort. Und sowas unterstütze ich sehr, sehr gerne. So, das habe ich drin. Ich glaube, ich habe viel zu viel Obst geschnitten, aber das macht nichts. Dafür gibt es nachher noch einen ganzen tollen Obstsalat. Da lege ich jetzt die Birnen noch außen rum. Macht auch mal so einen Obstsalat. Einfach mal nicht mit Konservenobst, sondern mit frischem Obst. Ihr wird es begeistert sein. Das schmeckt einfach komplett anders und ist einfach viel, viel gesünder. So, da lege ich jetzt die Birnen hier rum. Oh Gott, ich und dekorieren, gell? Jetzt seht ihr es schon. Wäre schon wieder narrisch hier. Eins noch. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal ein paar Mandarinen rum, dass hier mal ein bisschen Farbe reinkommt. Also wenn das nicht gesund ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, okay, mit Puddingpulver ist es jetzt nicht ganz so gesund, aber... Ja. Dann, was nehmen wir denn? Ach, ich glaube, ich nehme die rote Birne. Birne ist echt gut, also im Obstkuchen. Müsst ihr echt mal probieren. Mit Birnen. Stecken wir jetzt noch so hinein. Da außen legen wir noch ein bisschen. Ja, nein, schaut nicht toll aus. Mein Gott, lach nicht, Marco. Du weißt es. Ich bin die perfekte Dicou Queen. Ja, Datteln lasse ich auch raus. Ich mache wirklich aus dem Rest, mache ich Obstsalat. Doch, so lassen wir es. So lassen wir es. Jetzt rühre ich den noch einmal durch. Sag es nochmal bitte. Jetzt rühre ich den nochmal durch. Jetzt rühre ich den noch einmal kräftig durch. Und dann ist wichtig, wenn ihr was mit Tottenbus macht, dass ihr immer von der Mitte aus nach außen euch arbeitet. Also ich fange mittig an. Und lasse das wirklich schön nach außen laufen. Und dann lasse ich das Ganze richtig schön abkühlen. Ich werde ihn jetzt rausstellen auf die Terrasse. Und dann ist er wirklich ruckzuck ausgehärtet. Besser natürlich immer über Nacht. Also so mache ich es jetzt immer. Ich mache den Kuchen eigentlich immer einen Tag vorher. Und dann lassen wir uns den Morgen schmecken. Gucken, dass wirklich alles bedeckt ist. So bleibt euch das Obst auch schön frisch und wird euch nicht braun. Und dann werden wir ihn noch anschneiden und euch natürlich noch ein Foto zeigen, wie der Kuchen aussieht. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie ruckzuck ich einen Obstkuchen mache. und ja, macht ihn einfach mal nach. Würde mich freuen. Schreibt mir gerne dann in die Kommentare, wie ihr meine Obstkuchenvariante findet beziehungsweise ob ihr auch schon mal den Biskuitboden gemacht habt. Schreibt es mir gerne, würde mich interessieren. Oder wenn ihr ein anderes, besseres Biskuitrezept habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne weitergeben. Ja, in diesem Sinne würde ich mich auch schon verabschieden von euch. Macht es gut, bleibt gesund. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und natürlich am Sonntag einen schönen Muttertag. Und ja, bis dann. Tschüss, eure Ruckzuck-Mano. Biskuitfuck-Mano. Biskuitfuck-Mano. Biskit-Mano. Biskuitfuck-Mano. Bis zum nächsten Mal.